Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu... Was ist das denn? Genau, jetzt fährt ein Rollei oder eine Mopfer hier vorbei. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Vegan Beauty Basket für Juli und August. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Dehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine vegane und tierversuchsfreie Kosmetikbox, Beautybox, die alle zwei Monate erscheint. Ab 23,33 pro Box und pro... also alle zwei Monate kostet. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorstellen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, für das Zusenden der Box. Und ja, wenn wir da mal zusammen reinschauen wollen, dann... Äh, habe ich das schon gesagt? Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen paddelig heute, aber wir kriegen das schon voneinander. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich coole Box, denn die führt mich so ein bisschen in diese ganze vegane Kosmetikwelt hinein. Damals dachte ich immer, dass vegane Kosmetik relativ verstaubt ist und das alles stinkt. Und tatsächlich, das war so mein Vorurteil, ist aber gar nicht so, denn Ina packt ja echt coole Produkte in die Box hinein. Ina ist die Inhaberin der Box tatsächlich. Ich habe einen Code. Mit Claudi10 kannst du 10% auf deine erste Box sparen, wenn du möchtest. Und ich weiß nicht, ob ich eine Box in diesem Video verlosen darf. Ansonsten ist es eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, wir haben jedes Mal dieses wunderschöne matt-schwarze Design, das etwas schmaler unterwegs ist, so, ne, von der Boxengröße her. Man darf sich jedes Mal auch ein Produkt aussuchen. Das ist entweder eine Farbe von irgendeinem Nagel- oder Lippenprodukt oder irgendwie eine Wirkungsgeschichte von einem Haarprodukt zum Beispiel. Und ich finde es sehr, sehr, sehr cool, wie bedacht Ina tatsächlich diese Box bestückt. Also da ist wirklich kein Ramsch oder sowas drin. Das ist echt krass. Wir haben natürlich immer einen Boxenwert, der deutlich höher ist, als das, was wir dafür bezahlen. Und irgendwie riecht das hier nach Pfefferminztee. Wahnsinn, also sehr frisch riecht das hier raus. Und so sieht das immer aus, wenn man die Box öffnet. Und es ist sehr cool gemacht, denn wir haben jedes Mal so ein Kärtchen mit drin. Das hat die liebe Ina auch selber gemalt. Die ist die Künstlerin davon. Und eigentlich, ja, da ist auch eine Katze auf dem Bild. Du hast immer irgendwie einen Menschen und eine Katze auf dem Bild zu sehen. Viel Freude mit der Box, hat die liebe Ina mir hier drauf geschrieben. Und ja, weil es eine Kooperation ist, tatsächlich handgeschrieben. Ich finde es immer sehr, sehr cool. Man kann diese Karten halt auch einfach sammeln und so, ne. Dann habe ich hier einmal die Produktkarte für Juli. Und dann ist das Ganze immer so in Butterbrotpapier eingewickelt und mit so einem Seidenschleifchen zugemacht. Das ist total schön gestaltet. Und hier sind die Produkte einfach kurz und knapp aufgeführt. Inhaltsstoffe sind hier zu finden. Preise sind hier zu finden. Sofern vorhanden sind hier auch noch irgendwelche Zusatzinformationen mit dabei. Falls es irgendwie einen Rabattcode gibt, dieses Mal bei keinem der Produkte. Und ja, sehr cool. Also, ich öffne das Schleifchen, falte das Papier auseinander. Oh nein. Ina. DHL war böse. Oder Hermes. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt geliefert hat. Ein Produkt ist leider kaputt gegangen. Das ist nicht schlimm, wenn man halt bei der Vegan Beauty Basket etwas zu beanstanden hat. Ich hatte zum Beispiel mal, dass ein Parfüm leer war, als es bei mir eintrauf. Das war halt ein Produktionsfehler, weil die Flasche nicht befüllt war. Schreibt man einfach an den Kundenservice bei der Vegan Beauty Basket und zack, bekommt man einfach Ersatz. Das ist wirklich super unkompliziert. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Produkt. Ich werde es aber in meinem Full Face Beauty Boxen auf jeden Fall verwenden und euch auch da zeigen. Denn das kannst du natürlich auch machen. Und ich kann das mir auch pressen. Das ist ja kein Problem. Es ist von Boho Green Makeup. Ich habe ein Highlighter und der ist in der Farbe 03 Stardust. Ja, ihr seht das, voll schade. Aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir alles wieder hin. Und ja, weil pressen, ich habe das schon mal versucht, wieder Produkte so rein zu pressen. Das kriege ich meistens nicht hin. Aber irgendwie, man kriegt das schon voneinander. Guck mal, wie viel Produkt hier drin ist. Also theoretisch, da ist ja ein großes Stück. Das würde für immer und ewig für mich persönlich reichen. Weil du hast hier eigentlich, wie viel Gramm drin? Weiß ich nicht. Wo steht das denn? Da. 10 Gramm, ne? Also versuch mal 10 Gramm Highlighter aufzubrauchen, Leute. Dementsprechend alles cool. Kriegen wir alles hin. Und das ist der Highlighter, der hier in der Box drin enthalten ist. Ich glaube, hier konnte man wählen zwischen verschiedenen Produkten. Und ich habe mich dann für den Highlighter auch entschieden. Also alternativ hätte man auch noch einen Glow Bronzer, genau, wählen können. Ähm, Sun Kissed wäre da tatsächlich die Bezeichnung gewesen. Ich habe gesagt, ne, ich möchte gerne einen Highlighter. Also der erscheint mir jetzt auch, ehrlich gesagt, relativ dunkel. Also da muss ich wirklich gucken, wie wir das voneinander kriegen. Aber im Fullface Beauty Boxen machen wir das schon zusammen. Da sammle ich ja die ganzen Produkte, die über den Monat verteilt, in den Beauty Boxen drin gewesen sind, die bei mir eingetroffen sind. Und dann schminken wir einfach einen schönen Look daraus. Mal mehr, mal weniger schön. Ihr wisst Bescheid. Macht mir immer unheimlich viel Spaß, ne? Und euch auch. Dann habe ich hier einen Pinsel, der echt passend dazu ist. Von Barbara Hoffmann oder Hofmann. My Beauty Secret. Und das ist halt wirklich ein wunderschöner Highlighter-Pinsel, ne? Ich glaube, von genau dieser Marke hatten wir schon öfters Pinsel hier drin enthalten. Und die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, wir haben hier... Der ist nicht ganz so rund, ne? Weil der ist hier so ein bisschen zusammengedrückt. Ihr seht das ja auch, ne? Das heißt, ihr könnt auch wirklich großflächig mitarbeiten. Das heißt, den Highlighter aufnehmen und dann wirklich hier so... Ach, wunderschön. Also den werde ich auch verwenden, um den Highlighter aufzutragen im Full-Face Beauty Boxen. Darüber freue ich mich. Und ich finde es immer schön, wenn wir halt auch so Beauty-Tools in Boxen drin enthalten haben. Ähm, ja. Ja, denn es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man sich hier, was weiß ich, wie viele Pinsel hinstellt, so wie ich das hier mache. Oder was weiß ich, wie viele Beauty-Schwämpchen oder dies, das Ananas. Ihr wisst Bescheid, ne? Und dann freut man sich über solche Tools in Beauty Boxen. Mega. Vor allem, wenn es dann auch passend ist zu einem Produkt, was auch in der Box drin enthalten ist, ne? Sehr geil. Dann habe ich hier ein Peeling drin. Und zwar von Cosnature ist es ein Reinigungs-Peeling Pink Pomelo. Ähm, reinigt und verfeinert die Haut mit natürlichen Peeling-Körnern. Und das dürfte dann entsprechend auch für den Körper sein. Fürs Gesicht würde ich es jetzt ja nicht verwenden, ne? Weil da verwende ich kein, ähm, ja, kein solches Peeling, kein mechanisches Peeling, sondern nur Enzym-Peelings jetzt aktuell. Und ansonsten halt auch Fruchtsäure und so, ne? Aber das hier ist halt dann für den Körper ganz gut. Ähm, 75ml sind hier drin enthalten. Und damit kann man dann entsprechend, jo, hier steht eigentlich fürs Gesicht, aber, mm-mm, das geht bei mir auf den Körper tatsächlich. Werde ich da anwenden. Äh, damit kannst du so abgestorbene Hautschüppchen entfernen und halt auch verhindern zum Beispiel, dass Härchen einwachsen und so, ne? Also am besten vor der Rasur, ähm, ein Peeling machen und dann die Haut rasieren. Das ist eigentlich immer am angenehmsten für die Haut. Tatsächlich. Vor allem, wenn man so Salz-Peelings macht, da habe ich auch schon mal Erfahrung gemacht. Dass ich das Salz-Peeling kurz nach dem Rasieren gemacht habe und habe gedacht, dass mein Intimbereich mir abfällt. Ne? Dementsprechend immer logisch denken, wenn ihr irgendwas macht in eurem Leben. Ja, das ist eine tolle Aussage, Claudinchen. Dann habe ich hier von Leonia Creme Visage Tee Blanc, also mit weißem Tee, eine Gesichtscreme, ähm, hydratisierend und aufhellend. 30ml haben wir hier drin enthalten. Das sieht echt gar nicht mal so unedel aus, muss ich gestehen, ne? Ähm, ja, das ist einfach eine schöne Creme für morgens und abends, für alle Hauttypen geeignet und soll intensiv Feuchtigkeit spenden. So was mag ich immer sehr, sehr gerne leiden und dementsprechend, ja, finde ich das cool. Dann hast du auch noch Kosmetik-Bio-zertifizierte Geschichte hier mit dabei. Und, ne, finde ich klasse. Also auch mal ab und an eine Gesichtscreme in Boxen zu haben, ist auch echt nicht verkehrt. So eine Creme reicht bei mir, wenn ich die halt nur morgens oder nur abends verwende für einen Monat, ne? Das würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wenn ich die morgens und abends verwenden würde, würde ich da recht schnell durchgehen. Also dann bin ich da schon bei 30ml in zwei Wochen durch, definitiv. Aber ich habe auch sowas von trockenes Gesicht, das ist ja wie ein Schwamm zu sehen manchmal. Okay, dann habe ich hier noch was für einen Körper mit dabei. Air Soap oder Air Soap, Air Soap, Body Soap, also quasi eine Körperseife mit Olivenöl und Wild Fragrance, wildem Duft, okay. Was ist denn? Also Limone, okay. Ja, kommt aus Österreich, 100 Gramm sind hier drin enthalten und das ist einfach so ein Seifenstück, ne? Ja. Das ist witzig, also dieser Duft, der aus dieser Box kam, war intensiv, ne? Und das ist dieser Duft, aber das riecht so dezent hier jetzt gerade, wo ich hier drin rieche. Riecht echt angenehm. Ja, und die kannst du halt entweder dann als Körperseife, als Handseife verwenden, als Pinselseife, wie man halt möchte. Ähm, ja, und so werde ich die auch verwenden, ne? Jo, und das war jetzt der Inhalt von der Box. Wir haben hier wirklich mal wieder fünf wunderschöne Beauty-Produkte drin enthalten, die einen auch so ein bisschen, also einerseits sind das Produkte, die einfach so basic sind, ne? Eine Seife, ein Peeling, eine Creme, ein Highlighter, Pinsel, ne? Aber ich finde sie irgendwie besonders, weil das halt irgendwie, es ist für mich jetzt nicht das, was ich in der Drogerie finde, ne? Klar, von Cosnatures und Peeling schon irgendwie, aber ansonsten, ich finde es cool. Ich mag diese Reise, auf die wir mitgenommen werden und es ist halt einfach auch so ein Stück weit ein bisschen mehr Natürlichkeit, mehr in die eigenen vier Wände reinzubringen. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich sehr, sehr charmant und schön rübergebracht, mag ich auf jeden Fall gerne leiden und das kann man auf jeden Fall sich mal anschauen, wenn man einfach Lust darauf hat. Ähm, ja, schaut gerne mal vorbei, falls ihr die Box noch nicht kennt auf der Homepage und so, das habe ich euch in der Infobox verlinkt. Ähm, schaut euch auch gerne das ein oder andere Unboxing mal an, was in der Vergangenheit gewesen ist, falls ihr Lust habt, die Box zu abonnieren, weil ich finde es immer ganz cool zu sehen, jetzt nicht nur die Momentaufnahme, sondern so die letzten zwei, drei Boxen, was war da so drin enthalten, ne? Um einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, was so in den Boxen immer drin sein könnte. Und, ähm, ja, wenn ihr euch dann entschieden habt, die Box zu abonnieren, nutzt gerne den Code Claudicin, da habe ich persönlich nichts von, ihr habt da aber was von und zwar 10% Rabatt. Und das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Vegan Beauty Basket. Wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mich noch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten war neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!